Ja, guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zu meiner Wissenschaftsshow The Big Thing mit Dr. Helge Schneider, das bin ich. Heute geht es um etwas ganz Besonderes. Erstmal möchte ich darauf hinweisen, ihr habt es sicher schon gemerkt, bei der letzten Sendung hatte ich eine andere Jacke an. Es war die Jubiläumssendung, die Jubiläumsausgabe. Und jetzt habe ich wieder die alte, bekannte Jacke an, der Wissenschaftssendung The Big Thing. Es geht heute um etwas Gesandtes, ganz Besonderes, das hatte ich ja schon angekündigt, und zwar um das Schnapspinneken oder Schnapsfläschchen. Schnapsfläschchen ist eine kleine, eine Miniatur, eine große, normale Flasche. Und wenn man nicht so viel trinken will, kann man eine kleine Flasche. Ich mache es mal auf, mal sehen. Das riecht ja schon mal sehr lecker. Das war mit Himbeergeschmack. Das ist auch eine gute Erfindung für Leute, die, sagen wir mal, nicht auffallen wollen. Kann man so in die Tasche stecken. Zack, weg. Und das war es wieder. Und in der nächsten Sendung geht es um die Banane. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.